Hallihallo! Da mein letztes Video ja bei einigen von euch für ein paar Fragezeichen gesorgt hat, dachte ich, ich gebe euch heute einfach ein kurzes und schnelles Update zu meinem Gesundheitszustand und zu dem, was sich so getan hat in den letzten Tagen. Als allererstes aber nochmal ein riesiges Dankeschön an die vielen, vielen Nachrichten, die mich von euch erreicht haben. Nicht nur unter den Kommentaren hier, sondern auch auf Instagram und Privatnachrichten. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so groß Anteil genommen habt an dem, wie es mir einfach in den letzten Tagen und Wochen so ging. Eigentlich war für heute gar kein Schwangerschafts-Update oder so ein Video geplant, aber was ich euch natürlich auch noch nicht vorenthalten möchte, ist die Namensverkündung. Das habe ich euch ja letztes Mal schon versprochen und ihr werdet heute den Namen von unserem kleinen Jungen erfahren. Zuerst mal aber ein kurzes Update zu dem, was ich letzte Woche zu euch gesagt habe. Mir geht es gesundheitlich leider immer noch nicht wirklich besser. Es ist jetzt mittlerweile sogar so, dass ich Antibiotika nehmen muss, weil ich eine Stirn- und Kieferhöhlenentzündung habe oder hatte, die jetzt wieder am Abklingen ist und meine Mandeln befallen waren. Also da läuft im Moment eigentlich so wirklich gar nichts gut. Ich merke auch, dass mich das einfach körperlich sehr mitnimmt. Klar, ich meine, so eine Krankheit belastet einen natürlich. Und was ich auch merke ist, dass ich dadurch anscheinend so ein bisschen körperlich Stress habe. Was ich nämlich in der letzten Woche vermehrt hatte, waren ziemlich häufige Übungswehen. Ich achte natürlich darauf, dass ich mich einfach so viel wie möglich ausruhe und nicht schwer hebe oder mich strecke oder sonstiges. Aber ich merke, dass das einfach vermehrt aufgetreten ist. Was die Schwangerschaft betrifft, habe ich ansonsten aber eigentlich ein gutes Gefühl. Der Kleine meldet sich sehr oft. Es ist ein sehr, sehr aktives Baby in meinem Bauch und ich genieße das auch sehr. Ansonsten würde ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen machen. Ich habe einfach so ein paar Begleiterscheinungen, die durch diese Krankheit, also diese Entzündungen und das Antibiotika mitkommen. Und zwar habe ich ganz extrem trockene Lippen. Das sieht man jetzt nicht. Ich habe da, das tut richtig weh. Also ich habe mir die Mundwinkel eingerissen und die Nase tut natürlich weh, wenn man so viel schnäuzen muss. Aber das bleibt natürlich nicht aus. Und noch eine unangenehme Begleiterscheinung, die bei Antibiotika bei Frauen häufiger vorkommt. Aber ich finde es in der Schwangerschaft halt doof, weil ich mir da einfach Sorgen mache, ist, ich habe mir noch einen Pilz eingefangen. Das ist nichts Schönes und das ist vielleicht auch TMI für viele von euch. Aber durch das, dass einfach das ganze Immunsystem dann geschwächt wird und einfach die Flora da nicht passt, habe ich das jetzt auch noch. Also da ist irgendwie noch nicht so alles wirklich gut. Und ich hoffe, dass das einfach bergauf geht, weil ich mir sehr wünsche, dass ich die letzten Wochen der Schwangerschaft in Ruhe und vor allen Dingen gesund genießen kann. Zu meiner mentalen Verfassung muss ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt klarer als noch vor einer Woche. Also ich habe den Rat von vielen von euch angenommen und werde meinen Frauenarzttermin vorverlegen und auf jeden Fall die früher konsultieren und mir da einfach Rat holen. Allerdings war das jetzt gesundheitlich nicht möglich. Also ich kann mich nicht mit einer Nebenhüllenentzündung und Schmerzen im Gesicht in der Praxis setzen und dann auf den Termin warten. Aber jetzt heute zum Beispiel fühle ich mich soweit gut, dass ich denke, ich werde dann einfach mal anrufen und den Termin vorverlegen, damit ich da einfach noch ein bisschen mehr Klarheit bekomme. Allerdings fühle ich mich nicht mehr ganz so unruhig mit dem Gedanken. Also ich weiß, dass auch eine Einleitung oder ein Früherholen des Babys nichts Negatives sein muss. Aber es hat mich halt einfach letzte Woche sehr aufgewühlt und ich gehe da jetzt hoffentlich dann nach dem Termin ein bisschen lockerer dran. Viele von euch haben mir auch in den Kommentaren unter dem Video ja schon geraten, ich solle doch mir ein Beschäftigungsverbot erteilen lassen. Das ist natürlich was, über was wir uns Gedanken gemacht haben. Ich habe allerdings da auch mit meiner Arbeitgeberin noch nicht drüber gesprochen und auch mit der Frauenärztin nicht, weil ich, wie gesagt, noch nicht da war. Aber ich denke, dass ich das auf jeden Fall mal ansprechen werde. Ich war bei Mia im Beschäftigungsverbot auch schon ab der 25. oder 24. Schwangerschaftswoche, weil ich acht Stunden stehend gearbeitet habe und es halt keine Möglichkeit gab, nicht stehend zu arbeiten. Und ich hatte bei ihr halt einfach nicht solche Probleme und es kann schon sein, dass jetzt einfach vor allen Dingen auch mit den ganzen Erkältungen oder Entzündungen und so, die ich hatte, das einfach zu sehr schlaucht und ich deswegen auch so aufgewühlt bin und einfach nicht wirklich zur Ruhe komme. Also das ist auf jeden Fall was, was ich ansprechen werde. Aktuell bin ich jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche angekommen. Wie gesagt, das Bäuchlein wächst fleißig, der Kleine strampelt fleißig. Wir haben auch jetzt das Kinderzimmer fast fertig. Der David hat da nochmal ziemlich viel gemacht, wahrscheinlich einfach, um mich ein bisschen aufzumuntern und mir nochmal so ein bisschen Freude mitzugeben. Also da haben wir jetzt nochmal ein gutes Stückchen weiter geschafft. Meine Freundinnen haben mir ganz, ganz, ganz viele Kinderklamotten gebracht. Die haben, also ich habe das Glück, ich habe vier Freundinnen, die alle vier Söhne haben und die auch noch sehr klein sind. Und da habe ich jetzt super, super viele schöne Klamotten bekommen. Ich habe auch schon angefangen, die auszusortieren und durchzugucken und ein bisschen was gewaschen. Also das ist was, was mir so die letzten Tage ein bisschen versüßt hat. Meinen Bauchumfang habe ich vor einer Woche gemessen und auf Instagram gepostet. Der ist bei 107 cm, also ein ordentliches Bäuchlein, eine ordentliche Kugel. Allerdings hatte ich bei mir auch einen riesigen Bauch zum Schluss. Ich werde wahrscheinlich auch einfach mal gucken, wann ich in Mias Schwangerschaft Fotos vom Bauch gemacht habe und euch dann vielleicht einfach mal den Vergleich zeigen, wenn euch das interessiert. Aber eigentlich ist das auch schon so ziemlich alles, was jetzt die letzten Tage war. Ich wollte euch einfach nur nicht so in der Luft stehen lassen mit dem Video von letzter Woche, weil ich wirklich gemerkt habe, wie viele Menschen da draußen sich Sorgen um mich gemacht haben oder das einfach auch überhaupt nicht gedacht haben, dass es mir so geht. Und deswegen habe ich jetzt mir gedacht, ich gebe euch ein kleines Update. Mir geht es soweit besser. Gesundheitlich geht es voran. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mir eine Frauenärztin konsultiere und das kläre. Aber jetzt möchten wir euch den Namen des Kleinen nicht mehr vorenthalten und euch nicht länger auf die Folter spannen. Die Mia und der David haben sich dazu eine Kleinigkeit überlegt und was sie sich da so überlegt haben, das seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und um das Baby Name Game jetzt auch noch ganz, ganz offiziell abzuschließen, habe ich nochmal die Tafel hier vor mir und werde den Namen jetzt da auch noch draufschreiben, damit das Spiel quasi gelöst ist. Ich mache das wie immer jetzt einfach im Stehen hier an der Seite und ihr habt es ja schon gesehen. Unser kleinerer Bauke wird ein kleiner Samuel. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir dieses Geheimnis jetzt lüften können. Es war gar nicht so einfach, das vor allen Dingen in den normalen Videos, wo Mia da ist, zu verheimlichen, weil sie den Bauch immer liebevoll Baby Sami nennt. Und dann war es nicht leicht, das immer rauszupiepsen oder zu verblenden, was sie sagt. Wir freuen uns riesig auf unseren kleinen Samuel. Es ist schön, den Namen jetzt auch aussprechen zu dürfen, weil wir das ja sonst privat auch machen. Wir sagen ja nicht nur Baby oder unser kleiner Junge, sondern wir nennen ihn beim Namen. Es hat mich auch riesig gefreut, dass so viele von euch mitgespielt haben und natürlich auch schon richtig geraten haben. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da so toll mitgemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt ein bisschen die Sonne. Das Wetter wird ja jetzt besser. Und ich hoffe auch, dass wir ganz bald wieder auf unserem besten Level sind und die ganzen schönen Tage genießen können. Bis bald! Bis bald!